Josef Heber. Josef fügt hinzu, ist im Tanach als der zweitjüngste Sohn des Erzvaters Jakob, einer der Stammväter der zwölf Stämme Israels. Die Josefs Erzählung stellt den Übergang von den Vätergeschichten im 1. Buch Mose zur Geschichte Israels im 2. Buch Mose her, die mit der Erwählung Moses beginnt. Im Koran wird die biblische Josefs Tradition breit aufgenommen. Die gesamte zwölfte Schur ist Jusuf gewidmet. Josef in der Bibel. Im Tanach ist Josef vor Benjamin einer von zwei Söhnen, die Jakob mit Rachel bekommt. Geboren wird Josef wie seine zehn älteren Halbbrüder in Herren in der heutigen Türkei. Sein Name wird abgeleitet von der hebräischen Zeitform Jehoshif, er wird hinzufügen. Insofern seine Mutter Rachel bei seiner Geburt ausruft. Josef ist der Lieblingssohn Jakobs, weil er ihm im hohen Alter geboren wurde. Jakob schenkt ihm deshalb einen bunten Rock. Seine zehn Halbbrüder werden darüber so böse, dass sie mit Josef kein freundliches Wort mehr reden können. Hinzu kommt, dass Josef zwei Träume hat, in denen sich seine Familie vor ihm verneigt. Darüber ärgern sich seine Brüder noch mehr. Als Josef eines Tages von seinem Vater zu den Herden seiner Brüder geschickt wird, um nach dem Rechten zu sehen, nutzen diese die Gelegenheit, um Josef loszuwerden. Sie werfen ihn in eine Zisterne, weil sie ihn zunächst töten wollen. Diese Zisterne befand sich nach Gen 37,17 EU im Ort Dothen, dem Tell Dothen nördlich von Sichem. In der lokalen Überlieferung wird die Zisterne namentlich mit Jobjusuf in Verbindung gebracht, einem heute Verlass Zennendorf nördlich von Dothen. Wo an der Via Maris die Ruine einer Karawanserei, kann Jobjusuf aus dem 14. Jahrhundert erhalten blieb. Später verkaufen die Brüder Josef für 20 Silberstücke an ismailitische Sklavenhändler, die vorbeiziehen. Diese verkaufen den jetzt 17-jährigen Josef in Ägypten an Potiphar, den Oberaufseher der Leibwache und Kämmerer des Pharao. Ihrem Vater senden die Brüder den bunten Rock Josefs, nachdem sie ihn in Lammblut getaucht haben. Jakob trauert lange um den vermeintlich toten Sohn. In Ägypten ist Gott auf Josefs Seite und lässt ihm all seine Arbeit gelingen. Schnell macht Josef im Hause Potiphars Karriere und wird dessen höchster Diener. Um Josefs Willen segnet Gott das Haus von Potiphar. Aus diesem Grund lässt Potiphar Josef in allen Dingen freie Hand. Josef ist ein attraktiver Mann und Potiphars Frau verliebt sich in ihn. Seitdem bedrängt sie ihn täglich, doch Josef bleibt seinem Gott treu. Aus Rache verklagt sie Josef deshalb fälschlicherweise des Übergriffes, woraufhin Potiphar ihn ins Gefängnis werfen lässt. Auch im Gefängnis ist Gott bei Josef. Bald ist er der Assistent des Gefängniswärters, der ihm, wie zuvor schon Potiphar, in allen Dingen freie Hand lässt. Einige Jahre später werden der Mundschenk und der Bäcker des Pharao ebenfalls ins Gefängnis geworfen. Eines Nachts träumen beide einen merkwürdigen Traum. Josef, der ihm die Träume deuten kann, bittet den Mundschenk, beim Pharao für ihn ein gutes Wort einzulegen, was dieser verspricht. Die Träume erfüllen sich wie vorher gesagt, doch der Mundschenk vergisst sein Versprechen. Zwei Jahre darauf träumt der Pharao ebenfalls zwei sehr ungewöhnliche Träume, die ihm keiner seiner Wahrsager deuten kann. Jetzt erinnert sich der Mundschenk wieder an Josef, der nun zum Pharao gerufen wird, um dessen Träume zu deuten. Josef erklärt, dass Ägypten sieben reiche, landwirtschaftlich ertragreiche Jahre bevorstehen und sieben Jahre mit Dürre. Er gibt dem Pharao den Rat, die sieben fruchtbaren Jahre zu nutzen, um für die Dürreperiode zu sammeln. Der Pharao ist überwältigt. Er ernennt Josef daraufhin zum obersten Verwalter und seinem Stellvertreter, beschenkt ihn reich und lässt ihn zum Vater des Landes ausrufen. Josef erhält den Ehrennamen Zafinat Panitsch und wird vom Pharao mit Asenat, der Tochter des hohen Priesters Potifre von On verheiratet. On ist ein alter Name für Heliopolis, die Stadt, wo der ägyptische Sonnengott verehrt und angebetet wurde. Josef wird also zum Schwiegersinn des Sonnenpriesters. Asenat gebiert Josef zwei Söhne, Manasseh und Ephraim. Josefs Vater Jakob beansprucht diese Söhne kurz vor seinem Tod für sich selbst als seine eigenen. In den sieben ertragreichen Jahren sammelt Josef alle Vorräte in die Kornhäuser des Pharao. Als die angekündigte Dürre eingetreten ist, verkauft Josef den Ägyptern das gesammelte Korn. Als das Geld aufgebraucht ist, tauscht er Getreide gegen das Wie. Später gegen das Land der Ägypter und anschließend macht er diese zu Leibeigenen des Pharao. Er führt ein Gesetz ein, dass die Ägypter weiterhin das Feld bebauen, als Gegenleistung jedoch 20% des Ertrags an den Pharao entrichten sollen. Die Hungersnot erreicht auch die Nachbarländer, die daraufhin nach Ägypten kommen, um bei Josef Getreide zu kaufen. Unter ihnen sind auch Josefs Brüder. Josef gibt sich ihnen nicht zu erkennen, sondern will prüfen, ob sie sich geändert haben und bezichtigt sie deswegen der Spionage. Er sperrt seine zehn Halbbrüder für drei Tage ins Gefängnis, behält anschließend Simeon im Kerker zurück und schickt die übrigen Brüder mit dem gewünschten Getreide wieder heim. Erst wenn sie auch den jüngsten, der Brüder Benjamin, zu ihm brächten, würde er ihnen glauben und Simeon wieder freigeben. Als das Korn aufgebraucht ist, lässt Jakob nach vielem Zureden seinen jüngsten Sohn Benjamin mit den Brüdern nach Ägypten reisen. Josef hält Wort, gibt Simeon frei und lädt die Brüder anschließend zum Essen ein. Besonders verwunderlich erscheint ihnen, dass sie ihrem Alter nach am Tisch platziert werden. Nach einer reichhaltigen Mahlzeit, bei der Benjamin die fünffache Portion bekommt, bekommen die Brüder das gewünschte Getreide. Als sie jedoch nach Hause aufbrechen, beschuldigt Josefs Hausverwalter die Brüder, seinen Herrn bestohlen zu haben. In Benjamins Sack findet sich tatsächlich der silberne Becher des zweitmächtigsten Mannes in Ägypten. Dieser droht nun, den Jüngsten ins Gefängnis zu werfen, doch die Brüder setzen sich für ihn ein und beteuern seine Unschuld. Judah erklärt die Familiengeschichte und bietet sich selbst als Sklaven an Benjamins Stadt an. Als Josef das hört, kann er nicht länger an sich halten, sondern fängt laut zu weinen an und gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Er ordnet an, dass sein Vater Jakob und sein Gefolge, die Hebräer, nach Ägypten kommen sollen. Hier verbringt Jakob seine letzten Jahre. Vor seinem Tod segnet Jakob die Söhne von Josef und Asenat, Manasse und Ephraim, wobei er den Jüngeren Ephraim vor Manasse setzt und sagt, dass Israel mit seinem Namen segnen und sagen werde, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Nach dem Tod des Vaters fürchten Josefs Halbbrüder seine Rache. Doch wieder zeigt sich Josefs Edelmut. Josef selbst wird 110 Jahre alt. Man balsamiert ihn ein und legt ihn in Ägypten in einen Sarg. Später wird der Sarg beim Auszug der Israeliten von Mose aus Ägypten mitgeführt. Nach wird Josef in Sichem auf einem Stück Feld begraben, das Josefs Vater Jakob gekauft hatte. Wirkungsgeschichte Auffällig ist die thematische Verwandtschaft der Geschichte von Josef und der Frau des Potiphar mit dem ägyptischen Zwei-Brüder-Märchen, das zwischen 1330 und 1200 v. chr. entstanden ist, sowie dem Phaidraschdorf der griechischen Mythologie. Im Islam ist Josef ein Prophet, dessen Geschichte im Koran beschrieben wird und der in persischer Literatur wie die Rose als Symbol vollendeter Schönheit gilt. Bildende Kunst in der christlichen Welt wurde die Geschichte Josefs oft typologisch als alttestamentliche Entsprechung von Jesus von Nazareth. Verstanden Das Bild, wie die Brüder Josef in den Brunnen werfen, wurde in der Ikonografie oft als Bild der Taufe verstanden. Die Darstellung der Geschichte Josefs in der bildenden Kunst findet sich nur vereinzelt ab dem 4. Jahrhundert. Die Außenwangen der Maximianskathedre aus der Mitte des 6. Jahrhunderts sind mit Szenen aus der Josefslegende geschmückt. Zwei Chorfenster des Erfurter Doms aus dem Jahre 1390 gehören zu den bedeutendsten mittelalterlichen Darstellungen. Mehrere Ereignisse der Josefsgeschichte wurden auch durch Rembrandt von Rhein aufgegriffen. Im 19. Jahrhundert entstand ein umfangreicher Freskenzyklus durch die Nazarener Peter von Cornelius, Friedrich Oferbeck, Wilhelm von Schadow und Philipp Veit, die sogenannten Fresken der Casa Bartholdi, die auf Putz aufgemalt. Später abgetragen wurden und heute in der alten Nationalgalerie in Berlin in der Originalaufhängung von 1879 zu sehen sind. Im 20. Jahrhundert griff Marc Chagall die alttestamentliche Erzählung auf. Literatur in der frühen Neuzeit verfasste Hugo Grotius eine Tragödie nach der Josefsgeschichte mit dem Titel So vom Peniers. Nachdem Daniel Heinzius in seiner Abhandlung die Tragödie Konstitutione von dem Stoff gesagt hatte, dass er ihn zu Tränen rühre. Im 17. Jahrhundert gestalteten zwei bedeutende barocke Romane die Josefs Erzählung. Asenat von Philipp von Zesen sowie das vortrefflich Keuschen Josefschen Ägypten Lebensbeschreibung von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Die literarisch bedeutendste Umsetzung des Josefs Stoffes schuf Thomas Mann mit der Romantetralogie Josef und seine Brüder, aber auch die dramatische Bearbeitung des Stoffes durch den türkischen Dichter Nazim Hikmet als Josef in Ägyptenland gilt als Schauspiel von internationalem Rang, wurde allerdings in Westdeutschland kaum bekannt. Herr Josef und Frau Potiphar ist eine Ballade von Georg Wert. In der Bar zum Krokodil ist ein Couplet zum selben Thema von Fritz Löhner bedarf, vertont von Willi Engelberger. Musik 1733 schrieb Pietro Metastasio das Oratorien Libretto Giuseppe Ricconosi Uto, das in der Folge mehr als 50 Mal vertont wurde. 1743 schrieb Georg Friedrich Händel sein Oratorium Josef and his brethren HWV 59 auf einen Text von James Miller. Es wurde am 2. März 1744 in London Uhr aufgeführt. 1807 schrieb Etienne Nicolas Méhul seine Opa Josef zu einem Libretto von Alexandre Duval. Das Werk erreichte im 19. Jahrhundert in ganz Europa eine hohe Popularität. 1914 wurde das Ballett Josefs Legende OP 63 von Richard Strauss in Sergei Diagilevs Ballets Russes in Paris-Uhr aufgeführt. Hugo von Hofmannsthal hatte zusammen mit Harry Graf Kessler das Libretto entworfen. In neuerer Zeit nahm sich Andrew Lloyd Webber in seinem Musical Josef and the Amazing Technicolor Dreamcoat des Themas an. Film 1982 griff der deutsche Filmproduzent Kurt Linder in Shalom Pharao das Thema auf. 1995 verfilmte US-Regisseur Roger Young im Rahmen der TV-Reihe Die Bibel – Josefs Lebensgeschichte mit Ben Kingsley als Potiphar. Paul Mercurio als Josef, Martin Landau als Jakob und Leslie Anwarin in der Rolle von Potiphar's Frau. Der zweiteilige, dreistündige Film erhielt den Emmy als bester Film und Ben Kingsley den Emmy für den besten männlichen Nebendarsteller. Gedenktag 31. März im Kalender der Lutherischen Kirche in Missouri Synode Die Bibel-Jean – Frau von Hofmann einem Vielen Dank.